Mit Sorge schaut Braumeister Kevin Düsel in den Sudkessel der Privatbrauerei Rittmeier in Hallandorf bei Forchheim. Die Zukunftsaussichten sind trübe, die Kosten laufen ihm davon. Die Tonne Braugerste wird bis zu 100 Prozent teurer, Hopfen ist inzwischen rar. Der Grund, Menschen in Asien haben das Biertrinken für sich entdeckt, die Brauereien im Fernost kaufen in Europa in großem Stil Rohstoffe ein. Diese ganzen Preissteicherungen in Summe, was wir haben, sind über 20 Prozent, was wir jetzt hier praktisch eigentlich nicht mehr abfangen können. Aber wie gesagt, normal hat man immer so eine Preissteicherung von drei bis fünf Prozent. Die kann man irgendwo abfangen, weil man natürlich immer schaut, dass man ein wenig besser wird, ein wenig moderner, ein wenig sparsamer. Aber wie gesagt, das sind einfach Preissteicherungen, die man so einfach nicht abfangen kann. Braugerste ist in diesem Jahr, neben Energie, der größte Preistreiber bei der Herstellung des bayerischen Grundnahrungsmittels. Durch die Verteuerung wird vermutlich nicht viel bei Brauereichef Georg Redmayr hängen bleiben. Der 56-Jährige ist Präsident des Verbands der Privatbrauereien in Bayern. Und er weiß, alle seine Kollegen ziehen die Preise an. Wir haben in unserem Betrieb zeitweise Wochen, da kommen in der Woche vier bis fünf Preiserhöhungen von Rohstoffen, sei es Leim, sei es Etiketten, sei es Kronenkorken, alles geht nach oben. Und das wird bei uns zuschlagen hier, ein Kastenpreis ab Rampe für den Händler. Die Kiste nicht unter einen Euro und der Händler macht natürlich daraus zwei Euro. Dazu kommt der sinkende Bierkonsum während der Corona-Krise durch abgesagte Kirchwein- und Dorffeste und die Lohnsteigerungen in der Braubranche. Das alles macht den Brauern zu schaffen. Und dann noch die Sorge vor dem Ausgang der Dauerdiskussion um das Reinheitsgebot. Wenn das Reinheitsgebot fehlt, sind ja Braustoffe jetzt wie Maisgrieß zum Beispiel oder andere Rohfruchtarten erlaubt, die mit Sicherheit die kleinen Brauereien nicht verwenden können. Dadurch wird der Bierpreis natürlich nach unten fallen, weil die wesentlich günstiger sind. Die Bierqualität, da kann man sich drüber streiten. Unstrittig ist, die halbe wird erst einmal teurer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017